Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Ease Origin. Im letzten Part haben wir das Rätsel gelöst, dass sich um die Truhe, ja, wie soll ich sagen, gewoben hat. Ja, denn diese Truhe hat den Schlüssel für diese Tür da beherbergt und in diese Tür werden wir jetzt reingehen. Ja, ich habe natürlich mal wieder ein Unmix-Gefühl, denn es wird sehr wahrscheinlich, ich rechne mal mit 99,769 Prozent, damit dass sich hier hinter tatsächlich ein Boss befinden wird. Aber wir werden es überstehen, ja. The Constructs Chamber, das sieht schon so bossig aus. Jede Wette, hier kommt ein Boss. Auf jeden. Hallo, Kumpel, wer bist du denn? Jelaldi. Oh. Okay, ich mache dir auf jeden Fall schon mal irgendwie ein bisschen Schaden. What? Du mir aber auch. Aua, aua. Wow. Okay, ich mache ihm keinen Schaden, aber irgendwas, ich habe ihm jetzt die Hand abgeschlagen. Ähm. Wow, wow. Was kotzt denn du da jetzt schon wieder hin? Klopptet ja wohl nicht. Au. 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 Okay, und jetzt? Okay. Prinzip verstanden. Könntest du dich mal ein bisschen... Ach, scheiße. Oh, jetzt hat er seine Arme zurück. Das ist natürlich... Wow. Aber das... Da weiß ich noch nicht so richtig, wie man dem ausweichen kann. Okay. Aua, aua, aua. Nicht machen, nicht. Ah, ah, nein, 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 nein. Ist aber woanders hin, Mensch. Aua. Jetzt hätte ich so gerne irgendwie mal ein Heil-Item. Okay, das war jetzt Glück. Das war Pech. Der sieht irgendwie voll interessant aus. Weiß nicht, kann man den irgendwie mit einem Skill schneller aus dem Weg räumen oder so? Ah, okay. Da macht er ordentlich Schaden. Ja, okay. Wir versuchen Jill-LG oder so nochmal. Okay. Okay, sehr gut. Ah, fuck. Ich habe zu spät bemerkt, was er tut. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Aua. Ah. Nein. Nein. Übertreib's nicht, Kumpel. Übertreib's nicht. Aua. Hör mal auf, da immer ständig hinzusabbern, Mensch. Muss immer auf sein Mahl treffen. Okay, jetzt hat er seine Hände wieder. Ja, wenn er so runter geht, dann macht er diesen... Da weiß ich nie, wie weit ich muss. Scheiße. Woop. Aber okay. Mal gucken, was er noch auf dem Kasten hat. Bis jetzt sind die Bosse ja irgendwie immer voll freigedreht nach einer gewissen Zeit. Nein! Zumindest der letzte alter Schwede, der war ja mal richtig Arschloch-Boss, oder was? Ich werde trotzdem wahrscheinlich einige Versuche brauchen, bis ich den auch nur ansatzweise besiegt habe. Schade, dass ich keine... ...keine Wassermagie habe, oder sowas. Geh weg! Ach, ich bin... ...shit zu früh gesprungen. So, ist man wieder ab. Okay, man muss also im Prinzip zweimal springen, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. So. Wow. Jetzt nimmt er hier wohl jedes Mal so Zeug weg. Das ist aber nicht geil, du. Das finde ich nicht nett von dir. Ganz und gar nicht. Ja, und dein Gesabber kannst du auch lassen. Oh. Scheiße. Da habe ich gerade gar nicht mehr dran gedacht. So. Und Angriff. Kotzt doch mal woanders hin, Mensch. So, jetzt holt er sich seine Händchen wieder. Und. Oh, oh. Okay, das erschwert das Ganze jetzt natürlich. Ziemlich. Okay. Oh, das ist was Neues, was du machst, Kumpel. Aber dann kommt das da wieder hoch. Okay, also er macht dann aber eine neue Folge. Dann haut er mit der Hand zu. Na gut, das kennt man. Naja, okay. Irgendwie wird das schon gehen. Hoffe ich zumindest. Also bis jetzt finde ich den eigentlich ganz okay, wenn ich dann mal vernünftig spielen würde. und machen wir noch nicht ab. Ah, es ist echt egal, was ich mache. Okay. Kotz woanders hin. Scheiße. Kannst du mal aufhören? So. Fuck, damit hast du mich getroffen, Kumpel. Das finde ich aber nicht gut. Ja, ich verliere wieder sehr viel Energie irgendwie. Das ist nicht schön. Kotz woanders. Ähm. So, okay. Jetzt hat er seine Hand wieder. Was macht er jetzt zuerst? Er schlägt. Und er macht wieder einen Schlag. Kann ich mit leben. Super gemacht, Junika. Oh. Du bist halt einfach die geilste. Und, äh. Das war jetzt nicht ganz so geil, aber, ne gut. Das ist auch echt ein bisschen so optimal, so. So, jetzt hat er seine Ärmchen beide wieder. Und du machst. Ja, du erschwerst es mir. Finde ich nicht gut. Aber macht nix. Ja. So, der erste Arm ist ab. Oh, nein. Oh, nein. Okay, okay. 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 Ah, ist nicht gut. zumindest bislang. Ich weiß ja auch nicht, was der Gutste noch macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das noch lange nicht alles war, was der hier so auf dem Kasten hat. Das könnte ich mir so vorstellen, dass der noch ganz andere, sehr, sehr, sehr unliebsame Sachen auf dem Kasten hat. Hier weiß ich gar nicht, wie man dem Zeug am besten ausweichen soll. Kotz du mal bitte woanders hin. Thank you very much. Hä? Hat er mich vergiftet oder so? Nee. Geh weg. Naja, es war nicht so die mega erfolgreiche Runde, leider. Und boom. Oh, zu spick gesprungen. Oder ich wollte springen und bin dann letztlich gar nicht gesprungen, irgendwie. Das ist lauter Entsetzen oder so. Ich weiß es auch nicht. Wow, das war gerade echt Glück. Geh weg, geh weg, geh weg. Weg, weg. Okay, jetzt kommt das wieder. Und ich zieh mal voll im Feuer drin. Ah, fuck. Der hat genau da hingehauen. Fuck. Gar nicht. Geil. Na, komm schon. Na, boah. Ah, so mega gut war das jetzt auch wieder leider nicht so. Oder leider wieder nicht so. So. Oh. So, die Hand ist ab. Was machst du jetzt? Das machst du. Finde ich nicht gut. Und stirb, 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 Hand, stirb. Und. Und wo? So. Ja, jetzt haben wir ihn ungefähr in dem Status, in dem wir ihn vorher auch schon hatten, aber... Das bringt mir leider auch nicht viel. Jetzt kommt wieder so eine mördermäßige... Ne, das meinte ich noch nicht. Ich meinte eigentlich dieses... Ne, das meine ich auch nicht. Das meinte ich auch nicht. So. Das meine ich. Diese Scheiße, wie der macht's. Walalalalalala. Ich sterbe da. Ganz schlecht. Oh. Fuck. Hab nicht gesehen, dass er sich wieder nach unten dingst. Ähm, ähm Gelaldi Komm, jetzt sei mal nicht so Gelantinisch Und lass Diesen Scheiß Und komm schon, und Wupp Okay, Hand weg Ach, scheiße, falsch gesprungen, leider Wow Aber ich find, ähm, das Gegner-Design Hier auch wieder sehr gelungen Kann ich echt Nicht anders sagen Richtig gut Und Leider bringt der Skill nicht so viel Jetzt vielleicht? Auf jeden Fall Ein bisschen Aber so mega leider auch nicht Okay, und Wupp Jetzt macht er dann gleich wieder seine Ich tauch mal kurz ab-Attacke Aber ich bin leider zu spät gesprungen Obwohl ich's genau wusste Boom Na Hat leider nicht ganz gereicht Ah, so geht's Also wenn man springt Scheint das besser zu sein Wow Ich hab ihn so halbwegs in die falsche Richtung losgelassen Was zum Das war nicht gut Naja Dann wollen wir mal weitermachen, ne? Okay, geht jetzt schon in die heiße Phase Welch Wortwitz Bam Hm Nö Kriegst mich damit nicht Vergiss es Oh nein Voll reingesprungen Das war jetzt nicht so gut Aber naja Es geht Ich will nix sagen Aber ich fand Ähm Den Mike Zilger Oder wie er Heißt Wesentlich schlimmer Also Bis jetzt Ich weiß ja nicht Was er jetzt hier nur auspackt Scheiße Was macht er denn da jetzt Was machst du Was machst du Kotzen Okay Weiter 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 Und jetzt holt er sich seine Händchens wieder Und du machst Wieder einmal Alles weg Wow Das war knapp Fast hätte ich es nicht mehr geschafft Weil ich eh schon im Springen war Jetzt macht er das wieder Hat er aber nicht wieder gebracht Kumpel Und So Hand ab Fuck Okay Das könnte wieder Sehr Sehr Eng werden Okay Komm schon Unica Lauf Kotz Kotz Doch mal Woanders In Mensch Okay Was machst du Was machst du jetzt Ah Es ging Komm schon Unica Unica Lauf 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 Um dein Verficktes Kackleben So Ist ab Sehr schön Okay 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 Das finde ich jetzt nicht so schön Das könnte tatsächlich jetzt meinen Tod bedeuten Wird es ja wahrscheinlich auch Nehme ich mal an Oh fuckness Wie ärgerlich Komm schon Und stirb Du Verkackt Ja Geil Den fand ich wesentlich einfacher als den Boss davor Level up Dankeschön Liebes Spiel Ich liebe dich Oh ist das göttlich oder ist das geil Ist irgendwie beides zusammen Bitte raus hier aus diesem Heißen Scheiß Aber wir haben Feuer und Feuer bekämpft quasi Sehr geil Ich möchte speichern Fände ich geil Wo kommen wir jetzt hin The Silent Sands Sehr schön Ähm Blessing vielleicht noch Was können wir denn machen 4000 Damit können wir irgendwie gar nichts machen Schade eigentlich Safe Vielen Dank Und ich würde mal sagen Silent Sands Schauen wir uns im nächsten Part genauer an Und bis dahin Tschüss 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 Tschüss